für rhein hessen gibt es immer wieder geheimtipps auch kulturelle etwa das haus das sich hinter diesem tor verbirgt guten tag verehrte zuschauer wir sitzen hier in unserem kleinen mini studio gerade über material dass wir in dem bedeutendsten kunstmuseum von rhein hessen aufgenommen haben dem museum heilshof in worms es ist ja immer wieder erstaunlich und es wundert mich dass es immer noch zahlreiche zeitgenossen gibt die sich dieses museum bislang haben entgehen lassen und sich diesen kunstgenuss noch nie gegönnt haben schauen sie doch mal rein und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Saal aus, kam man übrigens auf die Terrasse. Diese bietet nicht nur einen Blick in den recht reizvollen Park, mit jener Tafel, die den Platz markiert, wo 1521 Martin Luther vor Kaiser und Reich stand und den Widerruf verweigerte. Damals, lange vor der Stadtzerstörung, als der alte Bischofshof noch hier stand und bis hierher reichte. Nein, die Heilshof Terrasse bietet auch den schönsten Blick auf den Warmser Dom. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020